Mit dem Bagger bringt er den Ersten um. Der ist mit der Radladerschaufel direkt in den Container reingefahren. Für das zweite Opfer gibt er sich mehr Mühe. Unsere Rache. Aber Rache für was? Wir bekommen dieses Foto her. Schlag in der Nähe des Tatortes. Der Täter will den Opfern damit etwas sagen. Oder uns. Was ist? Das ist eine MMS. Das erste Opfer. Der Tatort. Sonntag im Ersten. Das erste Opfer.